1. 1. 1. 2. 2. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 6. 7. 8. יש 4. 5. 7. 9. 7. 8. 11. 11. 12. 12. 13. 14. Wenn man sich in der Branche und in der Branche geht, und dann wollen wir dann in die Bahn, und beim Stoffen und so sein, dass man nicht einfach wieder hältst du in die Position. Okay. Wenn du zu der Tage ein kleines bisschen ziehen, dann tief und klein es bis zur Heckung rein und ab. Und mit den Füßen, dann lässt du schön in den Futter, dann lässt du schön auf der Mittelspur dann. Ich gebe dann Vollgas, dann kannst du da rein. Du greifst aber schon schnell genug deinen Einbruch. Du kriegst dann nicht mehr auf dich. Alles klar. Die Altruhe russisch. Das ist nicht so schnell. Der ist nicht so schnell. Und noch nicht so schnell. Das ist nicht so schnell. Die Praxis hat sich auch nicht das nicht, dass man regnen kann, oder was? Ich denke schon, wir brauchen noch die Klamassierung. Ja, hilf. Bereit? Okay. 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 Das ist eine gute Frage. Ich habe mehr Angst in der Wienweiter zu stehen, als in der Wienweiter zu stecken. Das ist besonders wichtig. Das ist besonders wichtig.